Trailrunning und Wandern. Zwei Sportarten, die wenig Zeug brauchen, aber vor allem eines voraussetzen. Gutes Schuhwerk. Was gut ist und was nicht, das hängt natürlich vom eigenen Geschmack ab, der Qualität und dem konkreten Vorhaben. Und jetzt kommt eine Firma namens Xero Shoes daher und meint, Trailrunning, leichtes Wandern, das geht auch alles barfuß. Und dass es barfuß Wanderstiefel gibt, das wissen wir ja bereits. Aber barfuß Trailrunning Schuhe, das klingt zu abenteuerlich. Deswegen nehmen wir genau die heute unter die Lupe. Gut, wir müssen zuerst noch eine Kleinigkeit klarstellen. Trailrunning mit barfuß Schuhen ist keine ungefährliche Sache. Wer kein erfahrener Läufer ist, sollte, egal ob Trail oder nicht, nicht mit Barfußschuhen die ersten Kilometerläufer machen. Denn Barfußschuhe sind zwar gut für die Haltung, die Muskulatur und etwaige Fehlstellungen, aber sie können richtig schädlich sein, wenn man nicht die klassischen Regeln der Barfußschuhe befolgt. Dazu kommt aber noch, dass wir hier jetzt von Trailrunning reden. Beim klassischen Gehen übertragen wir nicht mal das volle Körpergewicht als Shockload auf den Fuß. Da wir ständig auch etwas Gewicht noch auf dem zweiten Fuß haben. Beim Laufen allerdings verlagern wir mit jedem Schritt das volle Gewicht auf einen Fuß. Zusätzlich dazu kommt noch die Energie des Aufpralls, die durch die Geschwindigkeit und Schrittlänge beeinflusst werden kann. Kurz, beim Laufen fängt der Fuß viel mehr Gewicht auf als beim Gehen. Und beim Bergablaufen, wie das beim Trailrunning nun mal auch existiert, sogar noch viel, viel mehr. Und deshalb sind Laufschuhe auch gedämpft und Straßenschuhe in der Regel nicht so sehr. Und jetzt gibt es Firmen wie zum Beispiel Xero Shoes und die sagen, wir können Trailrunning auch mit Barfußschuhen betreiben. Und da kommt jetzt der Mesa 2 von Xero Shoes ins Spiel. Der wurde mir von Xero Shoes fürs Trailrunning zugeschickt und ich habe ihn unter verschiedenen Gesichtspunkten getestet. Da er aber fürs Trailrunning entwickelt wurde, wird er auch vor allem dabei ein Urteil bekommen. Ganz ohne Dämpfung traut sich Xero diesen Schuh dann letztlich doch nicht auf den Markt zu bringen. Das Verletzungsrisiko wäre beim Bergablaufen und im steinigen Gelände auch einfach zu groß. Deshalb haben sie 3,5 mm Dämpfung gleichermaßen direkt über der Gummisohle verbaut. Die Gummisohle kommt ebenfalls auf 3,5 mm, was heißt, dass 7 mm ohne die Innensohle unter einem mithelfen. Zum Vergleich, ein Scarpa Golden Gate hat an der Ferse einen Sohlenaufbau von 27 mm. Das heißt, der Unterschied ist da schon deutlich. Etwas ungewöhnlich ist die Wahl des Gummis. Xero setzt hier definitiv nicht auf weiche Gummis. Das erhöht zwar den Komfort im ungemütlichen Gelände, aber erhöht auch die Steifigkeit und das Gewicht. Der Mesa 2 kommt wie viele Barfußschuhe mit einer etwas breiteren Zehenbox daher, was vor allem den Sinn hat, dass sich auch bei breiten Füßen die Zehen komplett natürlich ausbreiten können, was in klassischen Schuhen eben nicht geht. Aber es gibt noch so einige Kleinigkeiten, die den Schuh sowohl im Guten als auch im Schlechten auszeichnen. Und genau dazu möchte ich euch jetzt noch einiges im Hands-on zeigen, wie immer an der einzig wahren Adresse für Bergsporttests. Ich möchte jetzt hier kein Barfußschuhvideo draus machen, sowas ähnliches gibt es ja schon mal am Kanal, wo ich die ganzen Vor- und Nachteile davon schon mal erkläre. Vielmehr möchte ich eigentlich auf dieses Modell und die Idee dahinter für den Trail ausgelegte Schuhe ein bisschen genauer eingehen. Ich möchte euch vor allen Dingen ein bisschen was zum Thema Abrieb sagen, ein bisschen was zur Sohle und ein bisschen was zur Verarbeitungsqualität. Zum einen kommen die Schuhe aus China. China, 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 China. Sie werden in China gefertigt. Die Firma selber kommt eigentlich aus Amerika, beziehungsweise hat sie auch einen Sitz in Europa. Aber unterm Strich kann man sagen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass hier jetzt wahnsinnig viel auf die Verarbeitung bzw. auf die Produktionsbedingungen gesetzt wird. Denn auch die Firma selbst, Xero-Schuhe, gibt dazu nicht wirklich viel auf ihrer Homepage an, wie die Schuhe produziert werden, unter welchen Umständen. Das heißt, man kann das einfach mal mit einem großen Fragezeichen so stehen lassen. Von der Verarbeitungsqualität her selber sind die Schuhe aber tatsächlich top. Die Verklebungen sind alle großartig gemacht. Auch die einzelnen Verstärkungen hier an der Seite sind alle einwandfrei geklebt. Das heißt, wir haben hier keine Löcher, keine Lücken. Und insgesamt wirkt der Schuh sau hochwertig. Er wirkt optisch, finde ich persönlich, das ist eine persönliche Sache, irgendwie billig. Aber er ist von der Verarbeitung her einfach gut. Und das ist das, was mich so ein bisschen ratlos zurücklässt im Urteil über den Schuh. Aber insgesamt darf man halt einfach nur das bewerten, was man hier vor sich stehen hat. Und da muss ich sagen, ist er ganz gut. In der Schnürung ist fragwürdig. Die Schuhbänder sind fragwürdig, etwas steif, sehr rau, haben sehr viel Reibung. Das heißt, sie gehen nicht so leicht auf. Das ist natürlich ein Vorteil. Sie sind halt nicht ganz hübsch. Jedenfalls hat er vorne nochmal eine komplette Gummikappe drüber. Das heißt, wenn ihr sozusagen beim Laufen wo hängen bleibt, an Steinen oder sonst was, tut das dem Schuh erstmal nichts. Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Man sieht das dem Schuh original gar nicht an. Und das finde ich sehr gut. Das ist etwas, was bei Trailrunning Schuhen sowieso immer bei mir besticht. Denn das zeugt davon, dass ich den Schuh relativ lange tragen kann, ohne dass das Mesh-Gewebe zum Beispiel darunter leidet. Was ja wirklich empfindlich ist. Also nicht nur bei dem Schuh, sondern ganz grundsätzlich. Schauen wir uns die Sohle noch kurz an. Im Bereich der Sohle haben wir einen eher höheren Noppenaufbau. Die Sohle ist steif. Das habe ich auch schon gesagt. Es ist ungewöhnlich, wie steif sie ist für einen Barfußschuh. Aber der Schuh ist dadurch, dass er wirklich für den Trail ausgelegt ist, ja auch irgendwo darauf angewiesen, dass er stabil daherkommt und nicht allzu weich und empfindlich ist. Sonst habt ihr ja wirklich Schmerzen dadurch, dass ihr euch alles einzeln durchdrückt. Und hier muss ich sagen, stimmt das Gesamtbild auch irgendwo. Denn auf der einen Seite spüre ich den Untergrund. Ich spüre, ich stehe auf einer Baumwurzel. Es ist nicht ganz eben, es ist nicht ganz glatt und so weiter. Ich kann sehr viele Strukturen, trotz des härteren Profils, denn auch die einzelnen Noppen sind sehr hart, doch wahrnehmen. Und das ist ganz gut, weil das Körpergewicht drückt die Dämpfung raus. Und das reicht dann im Prinzip schon, dass man ein Gefühl für den Untergrund hat. Auf der anderen Seite ist es aber zu weich, aber eben weich genug, zu weich, als dass jetzt zum Beispiel wirklich Dinge wie spitze Steine und so weiter keine Probleme machen würden. Wir müssen ein großes Problem, ein großes Problem dieses Schuhs besprechen. Und zwar dieses Teil hier. Eine Innensohle, die tatsächlich hochwertiger geformt ist, als ich mir das... Also große Hersteller haben nicht so schöne und formartige Innensohlen wie die hier. Das ist traurig, weil große Hersteller eigentlich mehr Budget haben sollten. Das große Problem mit dieser Innensohle ist aber, sie passt nicht richtig in den Schuh hinein. Und das ist etwas, wenn man danach im Internet sucht, das ist die häufigste Rezension zum Mesa 2. Nämlich, das passt nicht. Und das ist sehr weird, weil was passiert ist nämlich, wenn man in diesem Schuh drin steht und man ihn wirklich verwendet wie einen Barfußschuh, das heißt die 5-10, die arbeiten richtig mit, die krallen sich ebenfalls in den Boden, um den richtigen Grip zu bekommen, dann wandert die Innensohle nach hinten. Das ist komplett blöd. Und das ist mir tatsächlich bei einem Schuh noch nie passiert. Und man sieht es auch, man kann das relativ gut simulieren. Sie liegt jetzt korrekt drinnen. Mit der Zeit wandert sie ein ganz kleines Stück nach hinten. Das merkt man dann auch wunderbar daran, dass man vorne diese Kante von der Innensohle zur richtigen Insole, zu der Naht im Prinzip spürt. Das merkt man vorne, das nervt auch tierisch vorne. Aber viel blöder ist, es sieht halt dann so aus. Das heißt, man sieht hier richtig, wie diese Innensohle nach außen wandert. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich finde, das hätten sie fixen müssen. Also ich kann ja ein Produkt so nicht auf den Markt bringen. Entschuldigung, aber das ist ja ein Schuh. Natürlich kann ich den Schuh jetzt auch bearbeiten, indem ich die Innensohle nehme, rausschmeiße und eine vernünftige reintue, obwohl die ja eigentlich nicht schlecht wäre. Oder einfach eine andere reintue. Heißt aber auch wieder, ich muss sie natürlich auch wieder so anformen, dass sie da reinpasst. Und dadurch, dass diese Schuhe relativ breit sind, passen nicht alle Einlegesohlen da rein. Nicht mal alle, die zugeschnitten werden müssen, passen da rein. Weil der Schuh halt wirklich breit ist, damit halt wirklich die Zehen den vollen Spielraum haben. In diesem Fall muss man sogar sagen, wenn man sich jetzt nochmal die Passform anschaut, dass dieser Schuh dabei gar nicht so krass ist, wie es zum Beispiel von Saguaro die billigen Barfußschuhe sind oder diese Aqua-Laufschuhe fürs Meer, die sind ja nochmal viel breiter. Dieser Schuh hier, der hat wenigstens schon wieder so eine Schuhform. Also der hat hier vorne eine Spitze, rundet sich dann leicht ab. Das finde ich optisch schon sehr viel besser gelöst als bei den Aqua-Schuhen, wo du ja wirklich vorne so eine Art Schwimmflosse dran hast, die dann so relativ eckig nach unten geht. Insofern, er sieht ja schon fast wieder schuhmäßig aus, was ja oft so ein Designproblem bei den Barfußschuhen ist, dass sie das nicht wirklich können. Man kann diesen Schuh übrigens, um nochmal kurz zur Einlegesohle zurückzukommen, auch ohne Einlegesohle verwenden. Die Einlegesohle selber hat gar nicht so eine große Funktion. Sie hat nicht so eine große Wirkung auf die Dämpfung, minimals vielleicht. Und sie hat auch nicht so wirklich eine große Funktion für die Ventilation, denn die Ventilation ist dank diesem überall so guten und luftigen und weichen Mesh-Gewebe wirklich gut und dadurch ist die Belüftung gar nicht mal so notwendig. Das heißt, irgendwie sieht dieser Schuh komisch aus. Seine Schnürsenkel sind holprig, seine Einlegesohle ist nicht gut gelöst, aber er ist sehr qualitativ hochwertig. Er ist abseits dieser Punkte wirklich hochwertig. Ich habe den jetzt schon oft, 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 oft angehabt und er ist, abgesehen vom Dreck, was die Sohle betrifft, noch sehr neu. Erstaunlich neu. Und diese Kombination aus einem harten Gummi und einem weichen, flexiblen Schuh, der sich überall anpassen soll, das finde ich einfach richtig gut gelöst. Und deswegen, alles in allem, mag ich ihn eigentlich. Also halt, außer die Optik und die Einlegesohle. In diesem Sinne, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, informiert euch, bevor ihr euch solche Barfußschuhe holt, jedenfalls über Vorteile, Nachteile, Risiken und Nebenwirkungen bei eurem Arzt oder, nein, warte, bei eurem Online-Ratgeber, bei der Altenacademy beispielsweise, damit ihr euch nicht verletzt, wenn ihr mit sowas gleich loslaufen wollt. Ich persönlich finde die Benefits super. Ich finde aber, man sollte die Risiken auf jeden Fall kennen und dementsprechend gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Ich mag sie. Schauen wir uns jetzt noch den Preis an. 140 Euro UVP ist beim Xero Shoes Trailmeser 2 angesagt. Das ist für einen Barfußschuh halbwegs viel Geld. Er ist nicht günstig, aber auch nicht übermäßig teuer. Er ist eben in Ordnung. Im Vergleich zu klassischen Trailrunning-Schuhen ist er teilweise sogar günstiger, teilweise ähnlich, je nach Konkurrenz. Man könnte sagen, ein Schuh mit weniger Inhalt sollte auch weniger kosten. Den Gedanken kann ich irgendwie teilen, aber das Konzept des Schuhs ist halt nun mal Verzicht. Womit wir zum Fazit kommen. Optisch ist der Mesa 2 für mich nicht gerade der heiße Scheiß. Aber erstens ist das sehr subjektiv und zweitens ist das für mich persönlich bei Schuhen nicht wirklich relevant. Das Laufgefühl im Mesa 2 ist definitiv speziell. Ich persönlich finde es sehr, sehr gut. Man spürt den Untergrund sehr deutlich und abgesehen von Geröll und Schotter hat man nie ein unangenehmes Gefühl. Die 7mm reichen um Wurzeln, die Fahrbahn, die Feldwege und sowieso die Wiesen angenehm zu gestalten und trotzdem sehr bodennah unterwegs zu sein. Spitz und steinig ist für die Schuhe aber aus demselben Grund letztlich nichts. Für ein gezieltes Training sind diese Schuhe wohl die besten, die ich kenne. Vor allem, wenn man eben genau die Vor- und Nachteile der Barfußschuhe auch am Berg kennt. Das Thema an sich ist nicht gerade ungefährlich, aber das hat ja nichts mit dem Modell selbst zu tun. Einziges Problem mit der Einlegesohle und auch die Optik sind für mich schwierig. Trotzdem ist und bleibt der Schuh für mich eine gelungene Abwechslung in meiner Schuhabteilung und kommt fürs Training und auch für Spaß künftig immer wieder mal aus dem Schrank. In diesem Sinne schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu Barfußschuhen ganz grundsätzlich steht, wie ihr optisch diesen Schuh so findet. Ob ihr schon mal barfuß draußen wart, das würde mich alles mal wirklich interessieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!